In unserer Gesellschaft gibt es immer mehr Menschen mit psychischen, kognitiven oder körperlichen Beeinträchtigungen, durch welche sie vorübergehend oder längerfristig aus dem gesellschaftlichen Leben ausgeschlossen werden. Für sie ist die Seeburg in Interlaken da. Als nicht gewinnorientierten Verein mit Sitz in Interlaken engagieren wir uns seit 1986 mit viel Herzblut im Berner Oberland. Im Auftrag von der Einvolle von den Sozialbehörden oder auch anderen zuweisenden Stellen betreuen wir mit 170 Mitarbeitenden rund 250 Mitmenschen. Eine unserer Kernkompetenzen ist die berufliche Integration. Wir verfolgen das Ziel, Jugendlichen und Erwachsenen eine berufliche Perspektive aufzuzeigen und sie nach Möglichkeit in eine selbstständige Erwerbstätigkeit zu führen. Bei uns können junge Menschen in Bereichen wie zum Beispiel Küche, Malerei oder Betriebsunterhalt in über zehn verschiedenen Berufen eine Ausbildung in unterschiedlichen Leistungsniveaus absolvieren. Für Erwachsene bieten wir verschiedene berufsintegrative Angebote an. Sogenannte Integrationsmaßnahmen richten sich vorwiegend an Personen mit psychischen Erkrankungen oder körperlichen Beschwerden. Zu diesen zeitlich begrenzten Maßnahmen gehören beispielsweise Aufbautrainings oder ein Arbeitsversuch im ersten Arbeitsmarkt. Als berufspraktische Trainingsfelder dienen unsere eigenen Betriebe und internen Dienstleistungsbereiche, in denen sich Fachkräfte bestmöglich um die uns anvertrauten Menschen kümmern. Besonders wichtig sind uns enge Beziehungen zum örtlichen Gewerbe, um Praktika zu ermöglichen oder eine Anschlusslösung zu vermitteln. Für Menschen, die aus dem ersten Arbeitsmarkt ausgeschieden sind, stellen wir ressourcenorientierte Arbeitsplätze zur Verfügung. Hier stehen Teilhabe und eine befriedigende Tätigkeit mit Tagesstruktur im Vordergrund. Um unseren Ausbildungs- und Beschäftigungszielen nachkommen zu können, sind wir auch auf externe Aufträge angewiesen. Zudem entwickeln wir in der Schreinerei auch regelmäßig Eigenprodukte. Gleichzeitig bieten wir auch ein Zuhause an. Im Raum Interlaken unterhalten wir verschiedene Wohnhäuser mit unterschiedlichem sozialpädagogischem Setting. Die jeweilige Wohnform richtet sich nach der Selbstständigkeit und auch dem Alter der Person. Für uns ist das stabilisierende Umfeld während einer erfolgreichen Berufsausbildung ebenso wichtig wie die fachliche Ausbildung selbst. Unser oberstes Ziel ist, sowohl im Wohnen wie auch in der beruflichen Integration, Menschen in ihrer Selbstständigkeit zu stärken und zu fördern. Einige Bewohnende finden bei uns ein unbefristetes Zuhause. Für den Bereich Wohnen mit Pflege stehen altersgerechte Wohnplätze zur Verfügung. Wir achten alle Menschen als eigenständige, wertvolle und einzigartige Persönlichkeiten und begegnen ihnen auf Augenhöhe und mit dem nötigen Respekt. Jeder Mensch in der Schweiz hat das Recht auf Schulbildung, eine berufliche Erstausbildung und eine Integration in unsere Gesellschaft. Für uns ist jeder, noch so klein Erfolg, ein Schritt in eine selbstständige, unabhängige Zukunft. Die Seeburg ist für Menschen da, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und wir helfen ihnen, wieder dort zurückzukommen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020